Das ist ein vollrichtiges Schiff, mit einem Pfannenboot. Das sieht ja niedlich aus. Ja, das war ich auch schon bewundert vorhin. Und nicht nur wir beide. Ja, das war ich auch schon. 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 Ja, 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 das war ich auch schon. Dann kannst du mir die beiden Bilder zeigen. Mach mal gleich, der ist auf unser Schiff. Hallo. Johann, nicht alleine. Nein, Johann. Kannst du mich anfassen, ich gehe melden. Nein, was braucht du Hilfe? Ich brauche sowas. Meine Mutter, die gläte, die Leute an der Nacht sein können. Nein, nein, vielleicht nicht erst. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Weil ich eigentlich nicht mehr fahren kann. Mama, wie schuld du, Mama? Du bist nicht. Ich hatte den Schiff auf. Ja. Ja. Ja, warum soll das denn so weit vorne fahren? Ja. Die Schiffskufe müsste auf den Boden kommen. 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 Die Schiffskufe müsste auf den Boden kommen.